Hallo und willkommen zurück zur vierten Folge von, äh, ja, Hausflipper. Bin ich schon fast versprochen. Kann ich hier schon was einsammeln? Ne, okay, gut. Ja, wir haben letzte Folge bei einem alten Mann, äh, Kunstlikar, war das Haus, ja, fast, kann man sogar sagen, renoviert. Boah, das war echt, halleluja. So, und ich muss jetzt, wie viel waren das? 15 Coins ausgeben, damit ich unser Geld jetzt schon haben. Sonst muss man nämlich vier Stunden warten. Ei, 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 ei. Warte mal, kann ich? Achso. Ne, ne, ne. Okay, ja, also wir kümmern uns jetzt erstmal um unser schönes Gaming-Zimmer. Also brauchen wir erstmal einen Tisch. Für Tischler Schreibtisch. Ne, schönen Schreibtisch wäre gut. Und, aber, haben wir da noch was? Hm. Ah ja, schau mal an. So was hier. Ein Kaffeetisch, ah, Mann. Oh, ich will aber auch nicht diese Coins immer ausgeben. Mann, das ist, ah, 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 ah. Mann. Warte mal, wo ist vorne? Hier, ne, hier sind die Schubladen, genau. Machen wir das. Oh, uff, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan mit den Steckdosen. Ähm, hier kommen wir kurz nach da oben. So. Okay, der war jetzt ein bisschen in der Wand. So, ist gut. Dann kommt eine Steckdose hier oben hin. Und eine kommt unten hin. Ich würde die gerne... Nein, nach da unten. Naja. So ist gut. Dann brauchen wir mal einen PC. PC? Gibt's das? Ne, Computer wahrscheinlich. Computer. Natürlich nehmen wir den hier, hallo? So viel zu, keine Coins ausgeben. Ja, wir haben wieder ein paar Flipkons wiederbekommen. Das ist schön. Gut, weil denn dann holen wir uns... Na, wobei, der reicht sogar schon. Machen wir jetzt noch einen schönen Stuhl. Ähm... Ja, lasst uns kurz schauen. Bürostuhl. Oho, schick. Ich muss sagen, das sind Vormann. Und unsere Coins werden weniger, die wir für die Farben brauchen. Oh Mann, nein. Naja, okay. Dann haben wir das hier schon mal. Fehlt vielleicht noch ein bisschen Tischdeko, oder? Ja. 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 So, dann nehmen wir mal eine schöne Kaffeetasse. So. Ja. Perfekt. Dann brauchen wir natürlich jetzt noch ein Bett. Ne, nicht Badezimmer, sondern... Oh, es gibt ja Kamin. Ja, stimmt. Ne, wir brauchen keinen Kamin. Ähm... Für den Historischen Wert. Oh Gott, ne. Wohnzimmer. Wartet mal. Hm. Würden wir da so einen Eckfernseher hinmachen? Oder gibt's eine Ecktausch? Lass uns mal schauen. Eck. Kein Deckenventilator? Ui. Oh, man kann so viel machen, aber muss man alles jetzt freischalten. Äh, so... Ne, Sofa schreibt man das, mein Gott. Kein Ecksofa. Ne, ich war... Ne, ich war... Vorhänge. Oh ja, das ist gut. Wieder rote Vorhänge, ja. Lange. Um das zu tun, musst du dich vor das Fenster stellen. Äh, Vorhänge. Vorhänge, ja, da. Schick, schick. Da machen wir's auch. Vorhänge. Dran mit euch. Ja. Ist doch recht wohnlich aus, finde ich. Gut. Jetzt würde ich dann einfach hier hinmachen. Ja. Wobei... Wobei... Ich will das Bett ja auch nicht hier hinstecken. Wenn ich hier so ein Bett mache, dann hier... Hier das Sofa. Einfach an die... Dann verschieben wir die Heizung. Ich hab ne Idee. Passt mal auf. Wir... Verkaufen mal kurz die Heizung. So. Da packen wir jetzt den Sofa hin. Äh... Ja, warte. Einmal für... Das ist Wohnzimmer. Bitte. Wohnzimmer. Ja. Sollte ja rein theoretisch auch... noch ein Sofa drin sein. Naja. Und ein paar Sessel. Von mir aus, ey. Okay. Dann wird schon die Vorhänge, ne? Ja, okay. Warte. 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 Die Heizung sind aber auch ein kürzere... kürzere Vorhänge. steht doch direkt vor dem Fenster, mein Gott. Unserequenz wären immer weniger. Das gerade ist Sofa nämlich auch direkt. Ja. Dann war ein stiller... ist doch schon viel besser. Und jetzt machen wir noch einen schönen Fernseher. Fernseher. Uh! Uh! Da gibt's ordentlich Queile. D4. D4. D3. Der hier. Kommt, der hier reicht. Oh, ne, 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 ne. Da muss schon der Große hin. Da reicht jetzt die letzten Points vielleicht für... Oh, 6000! Aber naja. Ne? Das ist ja vielleicht doch etwas zu viel. Na gut, wir müssen ja später noch einen Job machen. Dann kriegen wir die 6000 wieder rein. Jetzt suchen wir noch einen schönen Bett. Bett. Ein Doppelbett wäre schön. So, was ich habe, ja. Schön rot. Schwarz, komm, schwarz. Der wäre jetzt wieder gut, wenn ich da die KD wieder kürzer mache. So, kommt her. Vorhänge. Da. Kurz. Yes. Und Bett dran. So, machen wir hier noch ein geiles Nachtschränkchen hin. Und dann würde ich sagen, haben wir das. Oh, schaut euch das an, wie das... Erinnert ihr euch noch, wie das vorher aussah? Boah. Geile Sache, finde ich. Also, man kann hier echt schöne Sachen machen. So, ich suche mal nach Nacht. Nachttisch. Nachttisch. Okay. Ja doch, da könnt ihr hier sogar reinpassen. Oh, je. Nee, das passt nicht. Oh, je. Gut, dann lassen wir die einfach weg. Ich kann jetzt nicht noch mehr von diesen Coins ausgeben. Die brauche ich gleich wirklich noch für die Farben. Das ist nicht so in Ordnung. Also, echt. Die könnt ihr jetzt noch alle upgraden. Naja. Wie findet ihr das neue Dingshaus? Oh, ich merke gerade was. Oh, je. Die sind noch gar nicht verrostet. Die brauchen natürlich einen neuen Anstrich. Ja. Jetzt ist es weg, finde ich. Würdet ihr in sowas hier leben wollen? Also, ich wäre einem zufrieden. Wenn wir jetzt mal ins Beidezimmer gehen. Oh, ja. Okay. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde gucken, dass ich jetzt noch ein bisschen Geld zusammenkriege. Und, ja. Macht's gut. Und ciao. All right, gamer. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.